Hallo Freunde, ich grüße euch. Wir haben die Mattbilder zum Aufwärmen abgearbeitet. Das lief schon sehr gut. Jetzt werden wir folgendes machen. Und zwar habe ich hier ein Buch gefunden. Ich blende euch das mal eben ein. Das blende ich aus und das blende ich ein. Und zwar John Nanns Chess Puzzle Book. Da sind Puzzles Aufgaben drin und die sind unterschiedlich schwierig. Von Schwierigkeitsgrad 1, was relativ leicht ist, bis hin zu Schwierigkeitsgrad 5, was laut John Nanns Großmeisterniveau ist. Ich habe da schon mal so ein bisschen reingeguckt bei einzelnen Aufgaben. Ich kann euch sagen, bei Schwierigkeitsgrad 5 bin ich komplett raus. Ja, gar keine Chance. Ich weiß nicht mal, worum es geht, so ungefähr. Und selbst 4 ist schon, da muss man schon recht gut raten. Deswegen mache ich die Aufgaben Schwierigkeitsgrad 1 bis 3. Die Einordnung ist natürlich immer so ein bisschen subjektiv vom John Nann. Das heißt, manche Einser, die er als Eins bezeichnet, habe ich echt massiv Schwierigkeiten. Und manche Zweier, die löse ich sofort. Also hat man natürlich immer. Aber ich möchte euch einfach mal, ich blende das Buch mal hier eben aus und hier über mir ein, damit ihr mal wisst, worum es geht. Und zwar habe ich euch mal ein Beispiel, respektive zu zwei verschiedenen Schwierigkeitsgraden ein Beispiel mitgebracht. Das hier ist eine Aufgabe aus dem Schwierigkeitsgrad Bereich 1. Das Allereinfachste. In der Partie hier folgte Läufer G5 und die Frage bei dieser Aufgabe war, gab es etwas Besseres? Und naja, dann wenn ich diese mache, dann nehme ich mir immer so zwischen 5 und 10 Minuten Zeit pro Aufgabe. Ja, auch nicht länger. Und dann fällt natürlich auf, dass dieser Läufer hier, hui, das sieht schon gefährlich aus, dass man hier mit der Dame auftauchen könnte und matt drohen könnte. Also wird man irgendwann auf den Zug Dame E5 kommen, um hier matt zu drohen. Und die einzige Abwehr, die schwarz hat, ist hier Dame schlägt F6. Hier F6. Und jetzt muss man halt wir visualisieren natürlich, ja, ist alles, wir führen keine Züge aus, bevor wir die Lösung nicht hundertprozentig haben oder unsere Lösung ausprobieren wollen. Hier könnte weiß jetzt Dame schlecht F6 spielen. Die Idee ist einfach, wenn der Springer hier schlüge, hängt die Dame eben und dann haben wir sogar noch einen Spieß und gewinnen viel, viel Material. Das wäre Schwierigkeitsgrad 1 gewesen, um mal ein Beispiel zu nennen, deswegen die Subjektivität ist immer, immer, naja. Jetzt möchte ich euch mal eine Aufgabe mit Schwierigkeitsgrad 2 zeigen. Und hier sehen wir schon, dieser König von von schwarz ist im Bedrängnis. Und die Frage war, kann man den irgendwie erfolgreich jagen? Nun, wir schauen zunächst einmal, ja, der Springer steht in der Nähe, dieser Läufer ist in der Nähe, dieser Läufer wirkt sehr schön, die Türme super zentralisiert. Der Springer könnte hier vielleicht noch irgendwie mit. Insgesamt sieht das schon sehr, sehr vielversprechend aus. Die Stellung. Okay, wir könnten natürlich überlegen, hier auf D6 einfach nur eine Gabel zu geben, um zu sagen, hier Material mitnehmen. Problem ist, unsere Dame ist angegriffen. Und jetzt muss man halt irgendwie, ja, zwingende, forcierende, sonst wie Züge finden. Und da fängt man natürlich im Regelfall mit dem Schachgebot an. Springer H6. Die Idee ist, auf G mal H haben wir Dame schlecht F6, was unsere Dame rettet und dann diese lange Diagonale aufmacht. Okay, den Zug, den findet man bestimmt noch. König H8. Und ja, jetzt wird es schon schwieriger. Und vor allem diese Visualisierung auch im Voraus. Aber wenn man so ein Mattbild kennt, dann kommt man vielleicht hier auf Zug Dame schlecht F6. Mit der Idee, auf G schlecht F, dann den Läufer F6. Jetzt sieht es schon fast matt aus, aber Schwarz kann diesen Läufer noch da hinstellen. Okay, und jetzt würde man ja vielleicht denken, uiuiui, geht nicht weiter. Aber, weit gefehlt. Denn hier muss man jetzt noch sehen, dass Turm G7 bärenstark ist. Es droht wieder Läufer schlägt G7. Würde dieser Läufer hier auf F6 schlagen, dann kommt dieser Läufer B1 zum Tragen, nämlich mit Turm H7 matt. Ja, also muss Schwarz hier irgendwie den G7 decken. Ja, wie auch immer. Mit Turm G8 geht das nur leider nicht wegen Springer F7. Schönes ersticktes Matt. Deswegen wurde hier Dame E5 gespielt in der Partie. Droht gegen Matt auf der Grundreihe. Und jetzt muss man hier mit dem Springer das Schach geben und den Springer quasi die Dame mit dem Springer schlagen, weil dieser Läufer jetzt wieder nicht hängt. Warum nicht? Wegen Schach, nebst matt. Egal wo der König hingeht, dann ist immer matt. Also kommt Turm schlecht E5 und dann folgt aber Turm G7. Der König muss zur Seite und Läufer E5. Und wir haben Haus und Hof mehr, naja, eine Figur. Und das alles bezeichnet er als Schwierigkeitsgrad Nummer 2. Also verhältnismäßig einfach. Jetzt habt ihr mal einen Eindruck davon, wie Großmeister Aufgaben bewerten. Also die fand ich schon knackig. Dieses Springer H6 hier. Okay, da ist so eine der ersten Kandidaten. Und dann mit Fantasie kommt man noch auf Dame F6. Aber jetzt alles bis zum Ende durchrechnen zu müssen. Ja, also da hätte ich schon Schwierigkeitsgrad 3 rausgemacht, mal mindestens. Und genau, solche Aufgaben erwarten uns quasi. Und ich werde aber Stufe 1, 2 und vielleicht mal eine Aufgabe 3, je nachdem, hier zum Lösen anstreben. Das ist etwas, was man auch lösen kann. Man braucht ja auch Erfolgserlebnisse. Keine Frage. Also in dem Sinne, ab Freitag dann sozusagen die neuen Videos, wo ich selber die Lösung noch nicht habe. In dem Sinne sage ich, bis Freitag.